Hi! Willkommen auf dem Embedded Spielplatz. Ich habe mir vor ein paar Monaten zwei China GoPro ähnlichen Action Kameras gekauft, wollte damit eigentlich nur Stereo-Videos machen und irgendwann kam zwischendurch so ein kleines Problem auf und dann habe ich angefangen es zu reversen und irgendwann hat das am Ende viel mehr Spaß gemacht, als die Kameras normal zu benutzen. Das wollte ich euch mal zeigen, weil ich aber alles so entdeckt habe und weil ich rumgebastelt habe und warum das vielleicht doch cooler ist als 3D-Videos zu machen. Also erst mal das Ding ist ziemlich billig, deswegen kann ich mich gar nicht zurückhalten. Eine angebliche 4K Kamera, also ich speichere 4K-Gedöns ab, der Sensor ist auch groß genug, ist aber super matschiges Bild, also wer irgendwie eine 4K Kamera haben will, für den ist es nicht das Richtige. Aber um so irgendwie so eine billige Action Kamera zu haben, ist das Ding für den Preis ziemlich gut, denke ich. Das hat einen wirklichen 4 Megapixel Sensor, ein Mikrofon, ein LCD-Screen mit ziemlich schlechter Auflösung, irgendwie 320x240 und so ein paar Peripherals USB, HDMI und MicroSD, um alles zu speichern. Und WiFi ist ein cooles Feature, das aber etwas verstörend ist, wie das nicht unbedingt so abzugesichert ist. Das ganze Ding ist gebaut mit so einem System an der Chip, das ist irgendein MIPS-Core von einer Firma, die darüber nicht mehr Informationen gibt, als ich gleich zeige, es ist wirklich sehr undokumentiert. Die sagen nicht mal, dass es ein MIPS-Core ist im Datasheet, sie sagen nur, es ist ein Risk-Prozessor. Ja, es läuft mit irgendeiner mittleren Geschwindigkeit, irgendwie 450 MHz vielleicht, weiß man nicht so genau. Hat ein paar hundert Megabyte RAM, weiß man auch nicht so genau. Also ich habe das so geraten, anhand der Größe vom Address Space. Das müssten mindestens 128 sein, vielleicht auch mehr, vielleicht irgendwo noch was versteckt. Weiß man halt nicht. Auf dem Ding ist halt nicht nur eine CPU drauf, sondern auch direkt schon ganz viel so spezifische Mediensachen, wie H.264-Codec, Object-Tracking, Face-Erkennung, Smile-Detection, was man halt bei Kameras schon mal hat, um genau dann auszulösen. Es wird alles in der Software nicht benutzt, aber es ist da. Und was mir im Belgischen vor allem aufgefallen ist, ist das Face-Beautification-Modul, was ich in so einem Embedded-Core nicht erwartet hätte. Irgendjemand hatte in den letzten Tagen, als ich das erzählt habe, hat man gesagt, dass es ja schon ziemlich hart ist, dass man damit das Schönheitsideal direkt schon in Silicon gießt. Ich denke, das ist auch ein bisschen seltsam. Also das ist alles, was man zu diesem Core findet, wenn man im Internet sucht. Ich habe lange gesucht auf Baidu und Google und Bing und mit tausend verschiedenen Stichworten. Das Beste, was halt rauskommt, ist dieses zweiseitige Datasheet. Hier in dem Blockdiagramm steht auch klein noch die Face-Beautification-Engine drin. Muss voll wichtig sein. So sieht es aus, wenn man das ganze Ding aufmacht. Dieses Ding ist halt der eigentliche CPU-Core, dieses System-on-a-Chip, wo alles drin ist. Hier ist dann auch der Sensor auf dem Board noch drauf, mit der Linse drauf montiert. Der habe ich mal nicht abgemacht, damit nicht alles staubig wird. Auf der Rückseite ist, ja, nicht so viel interessant, das ist noch so ein SBI-Flash. Aber eigentlich hat mich nie nur interessiert, dass direkt hier neben dem Core zwei ganz kleine Nötpunkte waren für ein Serial-Port. Und da ich ziemlich grob-Metoriker bin, habe ich nette Leute gefunden, die mir das mal angelötet haben, damit ich da auch mit rumspielen kann, ohne alles direkt kaputt zu machen. Der Serial-Port ist ein richtig schönes Ding. Da habe ich halt total Spaß dran gehabt. Ich habe mich so gefühlt, wie ich mir das vorstelle, so als Hacker irgendwie in den 70er oder 80er, wenn man sich auf irgendeinen Mainframe einloggt. Und es gibt vielleicht eine Doku, aber das ganze System ist unbekannt. Man kann alles erforschen, welche Kommandos es gibt, welche Dateien es gibt. Das ist halt irgendwie so ein kleiner Abenteuerspielplatz. Es gibt einen Haufen Firmware dafür, die man da drauf flaschen kann. Es gibt eine alte Firmware, die ist eigentlich cooler als die neue. Die schafft nämlich nicht nur die matschigen 4K, sondern auch noch 27P bei 120 Frames pro Sekunde. Was, denke ich, viel interessanter ist als so ein matschiges Bild in weniger Frames pro Sekunde. Das haben wir jetzt später entfernt aus irgendeinem Grund. Man weiß nicht warum, es gibt auch keinen Change-Log. Das haben nur irgendwelche Leute gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Ein ganz wichtiges Feature ist, wenn man den Down-Button hier an der Seite drückt, geht das Wi-Fi an. Also wenn ihr irgendwo mal ein Wi-Fi namens iCAM H9 seht, könnt ihr euch mal einloggen. Das Passwort ist halt immer fix, man kann es auch nicht ändern. Man kann direkt alle Bilder runterladen. Also ich habe das Ding halt in der Box bekommen, aber es war kein Manual dabei. Da habe ich mal gegoogelt, was denn das Passwort ist. Was ich gefunden habe, war ein anderer Online-Shop, der eine sehr, sehr ähnliche Kamera verkaufte. Für einen bisschen höheren Preis. Aber das Manual, es war ziemlich klar, dass eigentlich genau die gleiche Kamera ist. Das Passwort passt auch. Also wenn, ich habe mal geschaut, dieser Shop, das ist ein ziemlich guter Shop eigentlich in Finnland. Die haben ganz viele Schiener-Produkte, die man zum selben Preis halt für einen Zehntelspreis woanders findet. Also ich sage, zum selben für einen Zehntelspreis auch findet. Ich glaube, die haben einen ziemlich guten Profit. Man bekommt dafür auch noch so eine Android-App, die wirklich sehr hässlich ist und ziemlich schlecht funktioniert. Sie heißt Easy Eye Cam. Ich habe auch mal ein bisschen rein reversed. Ist auch ein Haufen GPL-Code, glaube ich, drin. Es gibt natürlich keinen Source, aber im Endeffekt war mir die App jetzt nicht so wichtig. Nur falls einer von euch irgendwie Lust hat, GPL-Verletzungen auf den Grund zu gehen. Das geht da ganz einfach. Man kann damit Livestream sogar übers Wi-Fi. Also man verbindet es mit dem Handy zum Wi-Fi, das die Kamera aufmacht mit diesem Passwort. Kann einen Livestream der Kamera holen, Audio und Video. Kann alle Einstellungen ändern, kann Videos aufnehmen, kann Bilder aufnehmen, alles runterladen. Ich wollte erstmal gucken, wie ich den Stream auf dem normalen Rechner benutzen kann, weil ich halt nicht diese doofe App dafür nehmen wollte. Das ließ ich in der Binary nicht so gut finden, aber beim Sniffen war es sofort klar. Einmal in Wirestark reingeschaut, da sieht man sofort die URL. Das klappt auch ganz gut direkt. Was ein bisschen schade ist, dass die Qualität super schlecht ist. Also man sieht schon an der URL, das ist irgendwie Motion JPEG. Das ist so ein Video-Codec, der funktioniert neben jedem jedes einzelne Bild als JPEG gespeichert wird. Das viel ineffizienter ist als irgendwelche modernen Codecs. Das heißt, bei derselben Bitrate hat man viel matschere Qualität. Ich habe da mal rumprobiert, also ganz doof, einfach mal im JPEG da H.264 hingeschrieben. Geht leider nicht. Ich habe auch später noch ein bisschen rumgereversed in dem Media-Server, wonach es mir aussah, als müsste genau das eigentlich gehen. Aber müssen wir mal erforschen, wie das irgendwie geht. Ich fände so einen H.264-Stream mit guter Qualität echt schön. Was für mich am interessantesten war, war der FTP-Server da drauf. Der ist halt auch so handgeklöppelt, nichts, was man irgendwo kennt. Es ist halt, Leute sich dachten, FTP ist nicht so schwer, das kann man selber machen. Geht natürlich wie immer schief. Man kann darüber halt alle Bilder hoch- und runterladen. Und was am schönsten ist, man kann auch eine Firmware hochladen. Beim nächsten Reboot wird die installiert. Man muss die nachher aber löschen, weil sonst wird ja bei jedem Reboot neu die Firmware flaschen. Was ein bisschen schade ist. Aber wenn ihr also ein offenes Wi-Fi oder ein Wi-Fi seht mit dem Namen, könnt ihr euch einloggen, Firmware ändern. Das ist halt schon ziemlich böse, wenn man sich die Kamera kauft und nicht weiß, wie offen das steht. Und ich wollte eigentlich ursprünglich auch mal schauen, wie man das Wi-Fi-Passwort ändert, aber habe ich nachher gar nicht ausprobiert. Sollte ziemlich einfach sein. Es gibt da so eine Partition, wo eine Host-APD-Config drauf ist, die man ändern kann. Wenn sich jemand dafür interessiert, kann ich gerne mal ausprobieren. So sieht der MJPEG-Stream aus, wenn man das einmal macht. Ich weiß nicht, ob man das... Okay, man sieht es noch ein bisschen trotz der schlechten VGA-Qualität. Es ist ziemlich JPEG-Artefaktik. Das ist total hässlich. Und nicht wirklich, was man so gerne hätte. So, das ist ungefähr, was die Kamera macht. Dann habe ich sie natürlich auseinandergenommen. Dann sind wir einmal auf dem Serial-Port connected. Denn der sieht schon mal richtig schön bunt aus. Die haben so Terminal-Escape-Codes reingemacht, damit es halt auf jedem ordentlichen Linux-Terminal auch richtig schön farbig ist. Und es gibt einem richtig viel Output. Das ist eine Freude, wenn man es erstmal connectet. Ich habe hier per Serial-Port es angeschlossen mit so einem Buzz-Pirate. Total simpel, nichts Spezielles dabei. Wenn ich jetzt meine Strom verbinde, kommt erstmal richtig schön viel Ausgabe. Ich habe keine Ahnung, was es meist davon bedeutet. Ein paar Sachen sind irgendwie klar, aber das meiste ist halt irgendwie spezielle Bildprozessor-Sachen und Ähnliches. Und hier bekomme ich direkt eine nette Shell. Wenn ich mal Help angebe, bekomme ich auch richtig viele Befehle. Da kann man sich viele Stunden mit beschäftigen und Sachen ausprobieren. Was ganz nett ist, ist das OS-Ding. So macht es erstmal nichts. Help-OS. Kriegt man sogar eine Info. Und ich kriege ziemlich viele Informationen hier. Was ich sehr schön finde, man muss erst mal wissen, bei den Betriebs-Themen laufen alle, es gibt keine verschiedenen Prozesse, die isoliert sind, sondern es gibt nur ganz viele Threads, die im selben Adressbereich laufen. Die teilen sie alles. Und dadurch kann man auch einige Informationen bekommen, die man sonst im normalen Betriebs-Themen nicht einfach auflisten könnte. Beispiel alle Mallock-Allokationen, die alle Prozesse jeweils gemacht haben, kann ich hier sehen, oder welche auch free sind. Das ist zum Debuggen ganz nett, wo man halt irgendwie was kaputt macht und wissen will, warum es genau kaputt geht. Sehr schön, wenn einem sehr viele Informationen auflistet. Es laufen aber direkt schon ganz, ganz viele Prozesse hier. Ich weiß nicht, was hier gerade gedumpt wurde. Vielleicht ist das Ding abgestürzt und der gibt mir einen Memory-Dump. Ich weiß es nicht. Also es ist ganz viel Raterei dabei. Ich weiß einige Dinge, aber das ist so ein komplexes Teil. Ich bin immer am Raten, was wirklich passiert. Und ja, ich hatte, falls die Demo nicht funktioniert, schon mal die Help hier rauskopiert. Was hier passieren kann, ist, wenn man Pech hat und einen Befehl nimmt, der nicht so dokumentiert ist, dann führt man ihn aus und alles stürzt ab, was man bei dem System hier merkt, dass er auch wieder richtig viel Ausgabe einem gibt. Wenn es abstürzt, dann kann man wenigstens mal dem Programmierer sagen, was denn alles los ist. Der gibt mir einfach alles, was er ausgeben kann. Und am Ende bekomme ich diese Dead-Shell. Also er ersetzt das prompt durch Dead und nicht mehr viel funktioniert, aber man kann zumindest noch irgendwie ein bisschen Speicher dumpen. Hier gibt es den tollen Dump-Befehl. Den gebe ich, sage ich, ich möchte Bytes haben. Gebe dem eine Adresse und eine Länge. Und der hat mir einen schönen Next-Dump. Ich finde das total freundlich von den Entwicklern, dass sie sowas alles einbauen. Hat mir total geholfen. Ja, was mir sehr praktisch ist, genau das Dump-Programm, Write and Read, geht, um ein bisschen Daten von der SD-Karte in den Speicher zu laden oder andersrum. Kann man es am Rechner mal besser analysieren. Und die Network-Shell, die ist auch ziemlich ausführlich. Die kann auch viel mehr, als das eigentliche Device normalerweise könnte. Ich reboot es einmal, weil bei diesem Dead-Modus es bei sehr vielen Sachen abstürzt, die normalerweise funktionieren. Das ist halt nur so ein Recovery-Debugging-Tool. Es gibt diese Net-Shell hier. Wenn ich hier Fragezeichen mache, bekomme ich nur die netzwerkspezifischen Kommandos. Und es gibt noch ungefähr 10, 15 undokumentierte, die nicht in der Liste hier drin stehen. Und einiges hiervon ist auch ein bisschen bekannt. Der WPAS ist der WPAS-Supplicant, den Sie jetzt echt draufgepackt haben, bei dem das von der Lizenz auch vollkommen okay ist. Das ist da legitim. Ich habe hier keine GPL-Verletzungen bei der Firma entdeckt. Ja, wenn man verschiedene Firmenversionen durchprobieren will, dann geht man natürlich nichtseits vom Hersteller. Das wäre nämlich ziemlich absurd, wenn der irgendwie die Firmware einem anbieten würde. Man geht lieber in russische Foren, wo es einen etwa 400 Seiten langen Thread gibt, wo man alle 200 Posts ungefähr eine Firmware findet und zwischendurch mit Google Translate raten kann, was die Leute sagen, was jetzt besser und schlechter geworden ist oder was überhaupt die Änderungen sind. Ich habe mich durch ein paar durchgekämpft, habe am Ende einfach irgendeine Firmware gepickt und die auseinandergenommen und den Rest erstmal ignoriert. Was man halt bekommt, ist so eine Binary, das ist diese sphostbrn, die in 9 MB groß ist, was ziemlich große Mengen Code eigentlich ist. Also man muss da sich dann einen riesen Heuhaufen wühlen, um die interessanten Sachen zu finden. Ja, wie man erzählt hat, um zu flashen, packt man es auf die SD-Karte, jemand in den Rechner steckt oder per FTP, rebootet, wartet ein paar Minuten. Man findet sehr viele panische Posts von Leuten im Forum, die sagen, meine Kamera ist kaputt, der Bildschirm ist weiß und dann kriegen sie die Antwort, ihr müsst fünf Minuten warten, bis das Firmware-Update fertig ist. Irgendwie progressbar oder irgendein Output ist halt überbewertet. Das braucht man nicht so. Auf der Serienkonsole kriegt man richtig viel Output beim Flashen. Also kann man auch jedem empfehlen, einfach mal ein bisschen dran zu löten, dann kriegt man auch mit, wie es funktioniert beim Flashen. Oh, es gibt da sogar, ein paar Leute haben sogar einen Repair.RA da hochgeladen, wo ein Haufen Exit-Dateien und ganz proprietärer Kram drin ist. Ich weiß nicht, wie legitim das ist und wo die das herhaben. Das sind irgendwelche Tools zum Firmware-Bearbeiten. Ich habe die gar nicht so sehr benutzt, weil zu dem Zeitpunkt, als ich sie gefunden habe, hatte ich eh schon meine Tools fertig, wo ich das Format reversed habe. Aber ich glaube, damit haben ein paar Leute auch ohne groß rumzufrickeln ihr WLAN-Passwort geändert. Das ist wahrscheinlich die benutzerfreundliche Variante. Ich habe das Ding erstmal in Binnenwalk geschmissen, was so ein Standard-Tool ist, wenn man eine Binary hat und mal wissen will, was da drin ist. Binnenwalk geht halt da von vorne bis hinten durch und guckt einfach, ob es Interessantes findet, was halt aussieht wie so ein Copyright-String oder ein JPEG-Format. Und wenn so ein Ergebnis rauskommt, ist es eigentlich schon mal super, denn dann weiß man, es ist zumindest nicht komplett verschlüsselt. Also zumindest diese Teile hier sind unverschlüsselt, unkomprimiert. Das muss man halt noch irgendwie raten, wo Kryptoschlüssel sind oder welche Komprimierungsformate die benutzt haben. Also schon mal ein schönes Ergebnis. Was ein bisschen mich auf falsche Pferde geführt hat, ist hier zu sehen, var-run host-APD und user-bin-bash klingt so nach Unix-Pfaden, ist aber alles Unsinn, da läuft kein Unix drauf oder sowas, das nur Artefakte von Dateien, die die halt rüberkopiert haben. Und ja, host-APD läuft ja normalerweise auf Linux oder häufig auf Unix-Eden-Systemen. Ja, der Copyright-String ist übrigens von WPA-Supplicant. Das ist genau das eine Ding, was sie da in Open-Source-Software drin haben. Bei dem Rest ist es so, das ist ein ganz fremdes Land irgendwie für mich gewesen. Normalerweise bei Express Reverse suche ich irgendwelche Funktionsnamen, die aufgerufen werden. Man findet ganz schnell irgendwelche Open-Source-Libraries, die benutzt wurden. Hier googelt man irgendwas, man findet gar nichts oder manchmal so einen zehn Jahre alten Forums-Thread, wo jemand fragt, hier ist dieses Stück Source-Code, das ich auf der Arbeit habe. Ich verstehe diese Sache nicht. Das war leider kein interessantes Stück Source-Code, aber ich fand es total witzig, dass halt jemand irgendwie in dieser Firma arbeitet und fragte, was macht ein RAUTE-IF0 in diesem C-Code. Dann habe ich mir das Firmenformat mal manuell angeguckt. Ganz am Anfang der Header, also ganz am Anfang der Datei, findet man diese Magic SunPay Burn File. SunPay steht voll für SunPlus, was der alte Namen der Firma ist oder die Entwickler dieses SPCA-SOCs, das da drauf ist. Irgendwie sehr viele Firmen, die irgendwie zusammenhängen, man weiß nicht genau wie. Interessanter ist halt die Binary-Daten danach. Das hier zum Beispiel, habe ich irgendwann gemerkt, ist die Länge der Datei. Also die Länge ist genau, das ist die normale Dateilänge, wenn man das in Little Anion hat. Das heißt, alle Bytes in Bytes aufteilen, die Reihenfolge verdrehen. Hat man hier genau das 8E, 18DA hier stehen. Das heißt, diese vier Bytes sind die Länge der Firmware. Haben sich hier zu denken, was könnte das sein? Ein bisschen rumgeschaut und dann gemerkt, diese vier Bytes sind ein Offset in der Datei. Wenn man an dieses Offset geht in der Datei, hier unten, findet man da, oh, das war dieses hier, findet man da auch wieder so ein Magic String. Dasselbe noch für mehr Offset. Also man findet, wenn man ein bisschen rumschaut, merkt man, dass es zwar ein bisschen random aussieht, aber ich kann es leider nicht so richtig markieren. In der zweiten Zeile, hier in dieser zweiten Spalte, das ist irgendein Offset, das ist auch ein Offset. was ich erst gar nicht dachte, wenn man zu 2A 3720 geht, findet man das hier, was total nach Müll aussieht und nicht wie so ein Header. Aber stellt sich raus, das ist die interessanteste Part. Ich habe keine Ahnung, was die Burn Header 1 und 2 sind. Keine Ahnung, was da gespeichert ist. Aber das hier, das ist, was ich wollte, das ist der Source Code. Das ist der Binary. Das sind MIPS Instructions. Die Frage war nur, wo wird, ups, sorry. Das ist genau der Code, der ausgeführt wird, das interessante Part. Das war schon alles, was ich vom Datei-Format brauchte. Diesen Teil kann ich ausschneiden, den Rest Atom ignorieren, um es später noch gucken, ob man es brauchen kann. Aber erstmal das zu reversen, was da ist. Die Frage ist jetzt, wir haben einen Haufen Code an dieser Stelle hier. Man ist aber total praktisch zu wissen, wo das jetzt gemappt ist als virtuelle Adresse. Denn wenn man das Disassembly sich anschaut, findet man so Referenzen zu festen Speicheradressen. Das heißt, er lädt einen String von Adresse 0x 80 40 40 oder so. Und wenn ich jetzt nicht weiß, wo das gemappt ist, dann weiß ich auch nicht, welcher String in der Datei es ist. Ich kenne nur die virtuelle Adresse im Speicher, aber nicht die Adresse in der Datei. Also ich muss irgendwie gucken, wie kann ich diesen Block hin und her schieben im Speicher, dass es hinkommt. In der Annahme, also die Grundannahme, die ich getroffen habe, war, dass dieses ganze ein Block ist, der an eine Stelle verschoben wird. Das heißt mal nur, die Datei wird an eine Stelle im Speicher gemappt und nicht irgendwie mehrere Parts. Was zum Glück so geklappt hat. Ein Trick, den ich hier benutzt habe, ist der, dass da sehr viele Strings drin waren. Und wenn man sich anschaut, wie so eine String-Tabelle kompiliert wird, dann habe ich dieses C-Konstrukt hier mit drei Strings und der packt irgendwo im Speicher, ich habe es jetzt so Pseudo-Code-mäßig hingetreten, irgendwo im Speicher packt die einfach alle hintereinander hin, getrennt mit 0 Bytes, weil ein String halt mit 0 terminiert wird in C. Manchmal auch mehr für Alignment, damit das hier auf einer Adresse startet, die mit Vielfaches von 4 Bytes ist, was halt so ein Mips-Prozessor total gerne hat. Wenn man es in diesem Beispiel annimmt, dass dieses Data bei 0x1000 gemappt ist, dann würde ein S tatsächlich drinstehen, also S ist ja eigentlich eine Liste von Pointern, von drei Pointern Strings. Einmal der Pointer zu 0x1000 am Anfang hiervon, das heißt zu diesem A. Einmal dasselbe plus 4, dann kommt man bei der 0 hier aus, also 0, 1, 2, 3, 4 und nochmal dasselbe 0x1000, um hier zum CCC zu kommen. Wenn ich die Datei lese und nicht die virtuellen Adressen kenne, dann sehe ich trotzdem irgendwo diese Strings hier und irgendwo sehe ich diese Pointer hier. Und wenn ich jetzt erraten kann, dass das Strings sind und das Pointer sind, kann ich versuchen, die irgendwie zu matchen. Ich sehe hier, der Abstand von dem Strings zu dem sind vier Zeichen, von dem zu dem sind acht Zeichen. Und woanders habe ich meine Pointern, dann merke ich hier auch, von hier zu hier sind vier Zeichen, von hier zu hier sind acht Zeichen. Kann man sich denken, wenn es genug sind, wo es übereinstimmt, dann wird das schon passen. Dann klappt das alles. Kleines Programm geschrieben, was das macht. Was ein bisschen trickier war als gedacht, weil es halt, manchmal hat man Strings, die man übersieht oder manchmal hat man Sachen, die keine Strings sind oder Pointe, die keine Pointer sind. Was am Ende rauskam, der Code wird gemappt nach 0x80000000000. Was irgendwie ein langweiliges Ergebnis war, das hätte man auch raten können. Alle Pointer fingen mit 0x80 an, das hätte man ja mal probieren können. Egal, für die Zukunft. Vielleicht kann man es ja mal brauchen. Ich habe ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurze Zusammenfassung, wie man MIPS-Code liest, weil so ein bisschen den Folgen danach draufkommt. Wenn das irgendwas Unverständliches ist, ist nicht so schlimm, das kann aber trotzdem helfen. Also man hat auf dem MIPS hier 32 Register, die jeweils 32 Byte groß sind und die haben so ein paar symbolischen Namen. Also man kann die mit 0 bis 31 betiteln, aber die haben auch, anhand ihrer Funktionen gibt man denen auch extra Namen. Die S0 bis 7, welche, die in dieser Calling Convention, die dort benutzt wird, ja, das wird später wichtig, die werden gespeichert, bevor man einen Funktionsaufruf, sorry, wenn man einen Funktionsaufruf macht und die Funktion als Registrier S0 benutzen würde, muss sie am Anfang sichern, am Ende wieder herstellen mit derjenige, der die Funktion aufgerufen hat, weiter damit rechnen kann. A0 bis 3 sind Funktionsargumente. Wenn man irgendwo sieht, dass die zugewiesen werden, ist meist danach ein Call und das ist wirklich ein Funktionsargument. Wenn man mehr als 4 Argumente hat, kam es glaube ich meist aus dem Stack drauf und in V0 kommt der Return-Wert rein. Instruktionen sind auch, die sind alle ziemlich simpel, ist halt kein x86, sondern so eine Risk-Architektur. Man hat so Load-Befehle, man hat Load mit der Länge, ein Word-Laden, also in Register S0 und erholt es von 4 plus, also man liest es hier, dieses Offset ist wie bei x86, AT und T-Notation, summiert man das hier 4 plus V0, also die Adresse in V0 plus ein Offset von 4 ist die Adresse, von der geladen wird. Analog dazu speichern per Store-Byte wird ein Byte aus diesem Register gespeichert in dieser Adresse. Solche Additionsdinger sehen ein bisschen anders aus als bei x86. Da hat man halt drei Argumente. Das erste ist, wo das Ergebnis gespeichert wird und die anderen beiden sind die Operanten. Und das wäre jetzt ein Beispiel noch für so einen Funktionsaufruf oder einen Funktionspointer-Aufruf als Call. Hier wird, das ist Jump-And-Link oder sowas, Jump-And-Link-Register, wie das Argument ein Register ist. Es springt an die Adresse, die in diesem Register gespeichert ist und speichert vor dem Program-Counter ab in dem Return-Address-Register. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, wenn man sowas noch nicht gesehen hat. Wenn man hier halt vertiefere Rekursionen hat oder einfach eine andere Funktion aufruft, muss man selber die altere Return-Adresse speichern und später wieder herstellen. Das macht nicht wie bei x86 CPU für einen, wo man Call-Off ruft und sofort wieder über die Return-Adresse auf den Stack gepackt. Das passiert nur, wenn jemand das manuell macht. So, und hier ist direkt ein bisschen MIPS-Code, wo man noch eine Besonderheit sieht, und zwar zwei Besonderheiten sieht. Einmal sind alle Instruktionen auch genau 32-Bit lang, also vier Byte lang, was sehr hilfreich ist, da man immer genau weiß, wo sie anfangen, wo sie aufhören. Bei x86 hat man das schon ein bisschen verschoben, weiß nicht genau, wo es anfängt, ist alles ein bisschen nervig. Was nervig ist, wenn man hier einen 32-Bitwerten Register laden will, geht das nicht mit einer Instruktion, denn die 32-Bit, naja, blieben keinen Platz mehr für die Instruktion übrig, wenn man die Daten 32-Bitweit da drin hat. Das sind zwei Stücken gemacht. Hier wird einmal in A0 soll ein Pointer reingeladen werden, das heißt, hier werden einmal Load-Upper-Immediate, werden die oberen 16-Bit geladen und danach nochmal die unteren 16-Bit. Das ist hier das Ida Disassembly, der hat einem das schon was vereinfacht. Hier würde halt nur die unteren 16-Bit stehen und er hat schon das zusammengesetzt und herausgefunden, wo der Pointer dann zeigt. Das ist leider nicht komplett zuverlässig. Manchmal verhaskelt sich Ida da und schafft es nicht rauszufinden, was wirklich der komplette Pointer ist, was an ein paar Stellen sehr nervig ist. Vermuten wir, dass man es viel besser machen könnte, bin auch nicht dazu gekommen, da mal rumzufrickeln. Die andere Besonderheit ist der Delay-Slot. Wenn man bei einem MIPS-Prozessor oder bei wahrscheinlich gibt es auch andere, bei dieser Art MIPS-Prozessor einen Funktionsaufruf macht oder einen Branch macht, woanders hinspringt, wie hier dieses Branch equals zero, das heißt, wenn Null ist, springt er zu dieser No-Code-Sack, wird auch wenn der Jump genommen wird, noch die Instruktion danach ausgeführt. Also dieses Load-Word A0 wird in jedem Fall ausgeführt, noch bevor der an diesem No-Code-Sack ankommt. Das klingt jetzt gar nicht so kompliziert, wenn man es einmal im Kopf hat, aber ich habe das ständig vergessen. Dann liest man Code und es macht einfach gar keinen Sinn und Viertelstunde später fällt einem auf, da war noch irgendwo ein Branch-Delay-Slot, den man übersehen hat und dann macht alles Sinn. Also wenn irgendwo wo was keinen Sinn macht, wenn ihr MIPS-Code lest, denkt an Branch-Delay-Slots. Das hat mir viel Zeit gekostet. Was viel Zeit gespart hat, war so ein Debug-Outputs, die in dem Programm drin waren. Hier wird eine Funktion ndk-log aufgerufen und einer der Parameter, Parameter 1 in Register A1, ist etwas, das für das die Funktionsname aussieht. Und diese Funktion wird halt von 100 oder von 150 anderen Funktionen aufgerufen. Und da wir gar keine Symbole haben, gar keine Ahnung haben, wie die Funktionen heißen, kann man die Information hier nehmen, um das alles wieder umzubenennen. Also ich habe geguckt, welche Caller gibt es, also per Skript geschaut, welche Caller dieses ndk-logs gibt. Ich habe geschaut, was ist ein Register A1 drin, wenn man so Instruktion für Instruktion zurückgeht, bis man es halt weiß. Und das als Funktionsnamen gespeichert. Und wenn man schon mal einen Haufen Funktionen da hat, ist das Ganze schon mal viel weniger angeseinflößend. Wenn ich sonst die 9 MB Binary lade, habe da 500 oder 5000 Funktionen, ich habe keine Ahnung, die alle einen Zufallsnamen haben, dann weiß man halt gar nicht, wo man anfangen soll. Wenn auf einmal welche dann FTPD CMD Port heißen, ist sofort klar, was da passiert. Und wenn ich FTPD frickeln will, dann springe ich da rein und weiß Bescheid. Gab es ein paar verschiedene Log-Funktionen davon, musste man mal alle raussuchen. Hier ist das SomePrintOfThing2, wurde auch genauso benutzt. Auf die Weise habe ich ziemlich viele Symbole recovern können. Das ist so eine Standardtechnik beim Reversen, das ist nichts Besonderes, aber hat hier viel geholfen, falls einer von euch noch nicht kennt. Das ist eine schöne Sache. Ja, viele Stunden reversing später, später habe ich dann halbwegs herausgefunden, was die Shell-Commands alle machen oder die mit interessanten Namen, die sonst halt abgestürzt sind, wenn man denen nicht die richtige Parameter gegeben hat. Also die haben halt nicht so sehr Tests, wie ob die Parameter die man im Grip richtig sind. Wenn man das falsch macht, stürzt halt das ganze Gerät ab. Ich bin ziemlich froh, dass irgendwie meine Server nicht so sind, dass wenn ich da irgendwie Befehle falsch tippe, dass der ganze Server abstürzt, wäre ziemlich traurig. Ich habe eine Sache, die werde ich jetzt mal als Demo versuchen. Ich hoffe, es geht nicht schief. Einmal das Ding rebooten. Eine Funktion, ich hatte eine Vermutung, was sie macht, war mir nicht ganz sicher. Hab dann gedacht, ich kann es einfach mal ausprobieren. Denn einer meiner Lieblingsbefehle in dieser Shell nennt sich MapExe und der Name ist ein bisschen verwirrend, aber was es macht, ist, ich gebe ihm eine Adresse und die called er und ich kann ihm noch Parameter geben. Also ich kann einfach irgendwelche Adressen anspringen und gucken, was Funktionen machen. Irgendwo hat das hier aufgerufen zwischendrin. Wenn ich hier verschiedene Sachen reingebe, merkt man schon, dass es ein bisschen anders verhält. Ich hatte die Vermutung, dass es so ein, oder kann jemand sehen, raten, was es macht, bevor ich es hier verrate. Ja? Nicht ganz. Das ist so ein Putscher, also 0x41 ist der Code für ein großes A, das gibt er hier aus. 0x10 ist ein Zeilnummer, keine Ahnung, wo der hin ist, sollte eigentlich auch irgendwo rauskommen. Das ist natürlich ziemlich böse jetzt gewesen, wenn das hier komisch funktioniert. Oh, danke. Ja, geht bestimmt. Ist es bei den Folien? Da ist nur weiß, okay. Sorry, habe ich nicht gemerkt. Gut, das ist anscheinend Putscher, der schickt irgendwas aus dem seriellen Port raus, auch sehr nützlich zum Debuggen. Und hier ist ein bisschen komplizierter noch der Printf, der auch richtig schön funktioniert. Da kann man auch, ja, kann man direkt, wenn man eine Funktion gefunden hat beim Reversen, direkt mal ausprobieren, was sie macht oder sie benutzen. Oder halt seinen eigenen Code reinladen und mit MapExe ausführen. Ich finde diesen Befehl total praktisch. So, das Ganze jetzt bisher hat nur funktioniert mit dem Serial Port dran. Und wenn ich jetzt aber irgendwelche an der Kamera rumspielen will, ohne die erst aufzumachen und rumzulöten und vielleicht alles kaputt zu machen, weil ich zu grobmotorisch bin, will ich vielleicht lieber das Ganze remote machen. Am besten über das Netzwerk, wenn mein Nachbar das auch kann, wenn er mein WLAN findet. Und habe mir direkt mal angeschaut, FTP-Server, das klingt nach was, was Leute ständig kaputt machen, ständig falsch machen, weil sie denken, es wäre einfach und irgendwo ist es dann doch nicht ganz so einfach. Und hier ist es wichtig, man schaut da rein, guckt in die erste Funktion, die irgendwie in die Zeile passt und es ist schon irgendwas im Argen. Sorry. Also er holt sich vom Socket ein paar Bytes in den Buffer rein, 200 Bytes und terminiert das mit 0, ganz schön und ruft eine Funktion auf, die das aufsplitten soll, die einzelnen Parts. Also ich gebe zum Beispiel einen Fehler in User MXN, dann sollen da zwei String-Pointe rauskommen, User und MXN, so dass man das ordentlich behandeln kann, soll diese FTP-Command-Split-Funktion machen. Sie bekommt einen Pointer, wo die ganzen, wo die Zeiger zu den einzelnen Wörtern gespeichert werden sollen, die halt mit Leerzeichen oder Tab-ähnlichen getrennt sind und das Command und die hat irgendwie hardcoded bis zu 24, Entschuldigung, bis zu 24 Pointer speichert sie ab in dieser Tabelle. Blöderweise hat man hier nur für 17 Platz. Aber gut, wer wird doch schon irgendwie ein FTP-Kommandos schicken, wo mehr als 17 Teile drin sind, das macht doch keiner. Muss man sich nicht drum kümmern, das ist ja gar kein Problem. So, mal gucken, was die sehen das im Detail ist, wenn man sich das alles anschaut. Hier ist dieses Part 0, das ist das Parts Array von eben, wo drin alle Pointer gespeichert werden und hinter diesem Array finden sich hier Saved S0 bis S6. Das sind diese Register, die ich vorhin in dem MIP Survival angesprochen hatte, die von einer aufgerufenen Funktion gespeichert werden und vorm Return werden sie wieder restored. Das heißt, wenn wir hier diesen Overflow machen und überschreiben den gespeicherten Register, dann lädt er danach zwar nicht unsere Return-Adresse rein, die ist ein bisschen weit hinten, aber die ganzen Register kontrollieren wir mit Pointern auf unsere Werte. Und das ist an der Stelle sogar super praktisch, was danach passiert, denn der Code, der danach mit S0 was weitermacht, diese Funktion aufruft, für den ist S0, zeigt irgendwelche Strukturen rein mit Funktionspointern, ruft den einen Funktionspointer auf und den nächsten und gibt Argumente rein, die da drinstehen. Ist total nützlich. Könnte fast denken, das wäre eine Backdoor. Würde ich es nicht behaupten, aber ist halt schon irgendwie komisch. Das ist die Funktion, die das aufruft. Hier ruft ihr diesen Command-Händler auf, wo der Bug drin ist. Das heißt, nach diesem Aufruf ist S0 zeigt etwas, was wir kontrollieren. Hier ist es ein Pointer, der ist S0 plus ein kleines Offset, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist diese Schleife hier, wo ihr aus diesem Buffer, auf das S0 zeigt, einen Funktionspointer rausholt, ein Argument rausholt, noch ein Argument rausholt und damit den Funktionspointer aufruft. Das heißt, wir können in unseren Buffer reinschreiben, welche Funktion aufgerufen wird und wir können das zweite und vierte Argument kontrollieren. Zwei, drei andere Register zeigen an auf unsere Sachen. Das ist eine richtig schöne Voraussetzung für einen total schönen Exploit. Was leider nicht so gut funktioniert, ist Shellcode auszuführen. Denn die haben tatsächlich eine ganz, ganz primitive MMU da drin. Also nicht aller Speicher ist ausführbar. Und der Speicher, in dem unser Kram liegt, der ist erstmal per Default gar nicht ausführbar. Man bekommt, wenn man da hinspringt, den riesenlangen Crash mit den 10.000 Zeilen. Wenn man zwischen sich anhält, bevor der Buffer voll ist und hochscrollt, dann kriegt man diese Ausgabe hier PC violated und diese Ranges hier ohne weitere Erklärung. Und mit so ein bisschen Raten kann man sich denken, okay, das hier, das ist doch, wo die Firmware gemappt ist, diese 80.000. Und das ist ungefähr, der Range ausführbar sein sollte. Die anderen hier kenne ich nicht. Aber eigentlich würde es ja reichen, wenn dieser Range hier ein bisschen weiter noch geht. So bis zum Ende des Speicherbereichs. Das funktioniert doch tatsächlich. Man muss nur wissen, wo es ist. Also ich habe mal geschaut, der Code, der diesen Dump erstellt hier, der liest das einfach alles aus so einem Maschinenregistern raus, die an der Adresse hier liegen. Und man sieht so eine Leineübereinstimmung hier. Das sind eigentlich genau dieselben Zahlen. 1, 1, 80, 80, die Endzahl. Es ist eigentlich exakt das Gleiche. Und ich habe mal geschaut, dieses Ding hier ist ja vielleicht schreibbar. Man kann einfach eine andere Zahl reinschreiben und schon ist alles ausführbar. Das kann ich sehr empfehlen. Einfach da mal reinschreiben. Erste Byte überschreiben mit 90. Da hat man schon alles erwischt, was man braucht. Was ich ziemlich interessant fand, ist, dass das ein bisschen versteckt ist. Wenn ich hier nämlich den Befehl Rackdump benutze, der alle Register ausdampen soll, oder ich vermute, er soll alle Register ausdampen. Der Name klingt halt so. Schauen wir nochmal. Hier die Ecke war, das war B0001320. Das heißt, 101320. Müsste irgendwo hier sein. Ich weiß nicht genau, warum die es nicht ausgeben, weil irgendwie das ist der einzige interessante Teil, den ich hier drin gefunden habe. Aber gut, so gut haben sie es nicht versteckt. Man kann ja von Hand einfach mit Dump nachschauen. Das ist ganz normaler Speicherzugriff. Gut, das heißt, wir müssen einmal irgendwo remote dieses Ende überschreiben, bevor wir unseren eigenen Shellcode ausführen. Also Schritt 1 wäre, wir schaffen, also die Situation ist immer noch die folgende, dass wir hier einen Haufen Funktionsbeute angeben können mit Argumenten und der ruft die für uns nacheinander auf. Das heißt, wir können erstmal eine Sache ausführen, dann die nächste, dann die nächste, um alles vorzubereiten. Und die erste Sache, die wir machen würden, wäre, diesen Executable Range zu verändern. Das heißt, an diese Stelle schreiben wir noch ein Byte oder an dieses hier auch. Ich habe dafür ein schönes Gadget in der Binary gefunden. Das speichert einfach hier V0, wo eine hinreichend große Zahl drinsteht, an A1 plus ein Offset. A1 haben wir Kontrolle drüber, das heißt, ich gebe A1 an die Stelle, die wir wollen, minus 2.105 und er überschreibt mir alles returned und führt die nächste Funktion aus. Dann dachte ich, ich kann sofort zum Shellcode springen. Leider crash das ständig oder vielleicht ein von zehnmal das funktioniert, was ein bisschen verdächtig war, bis irgendwann die Idee kam, was da los sein könnte. Und zwar ist das bei MIFs-Prosessoren ein bisschen anders als bei X86. Die haben auch einen Data Cache, einen Instruction Cache, die muss man aber tatsächlich manuell manchmal flaschen. Also wenn ich Speicher verändere und den dann ausführen will, muss ich im Prozessor einmal sagen, da hat sich was geändert, lehre mal deinen Cache oder lad die neu. Und dafür gibt es die SyncEye-Operation. Die muss man einmal irgendwie ausführen. Die kriegt einen Pointer für irgendwie 32 Bytes oder sowas. Das heißt, wir müssen für unseren ganzen Shellcode einmal drüber loopen. Zum Glück gibt es in der Firmware direkt eine Funktion, die genau das macht. Da kommt eine Adresse in der Länge, können wir einmal aufrufen. Alles funktioniert, schön zuverlässig danach. Da muss man nur einmal den Prozessor Bescheid sagen, dass man exploiten wollen. Kleinen Shellcode brauche ich noch. Ich habe nur etwas ganz Primitives hier gemacht. Ich habe mir die Printf-Adresse rausgesucht, die lade ich in den Register rein, ich rufe das auf und in dem Jump-Delay-Slot noch ganz nötig hier ein paar Bytes sparen, sticke ich einfach einen Pointer rein, wo ein String hinsteht, der own ist, was ich mir passend fand und einmal zurückspringen, so Basic-mäßig, go to 10, um alles ein paar Mal auszugeben. Dummerweise, die normale Branch-Instruction, mit der man einfach unbedingt zurückspringt, enthält Bytes, die man nicht benutzen kann, irgendein 0 Byte oder sowas. Da muss man ein bisschen tricksen, wenn A0 und A1 verschieden sind, springt er hin, ist immer verschieden. Dann klappt das schon. Mal hoffen, dass es funktioniert. Ich werde mal versuchen, zu dem Ding zu connecten. Also bitte keiner dazwischenfunken hier, ihr kennt das Passwort alle, aber wäre irgendwie schade. Hier ist noch ein letzter Befehl, mit Host kann man die ganzen Tasten hier per Software auslösen. So, ich habe jetzt WiFi angeschaltet, er macht seinen Access Point auf, startet alle Demons und wenn man den Rechner jetzt noch mitmacht, okay, bin verbunden. Oh, war die 0 am Anfang oder so? Ah, ich habe mir zwischen, da habe ich eben schon gedacht, ob das andersrum war. Nee, war nicht mal Absicht. Oh, das Login kann fehlen, wie habe ich das denn geschafft? Ich glaube, das ist, wenn man ein leeres Passwort, einen leeren Benutzernamen hat. Also der Check ist eigentlich nur, ob das erste Token, User ist das erste Token Passwort ist, anscheinend noch die Länge. Ja, ich kann hier direkt auf alles zugreifen, aber was ich eigentlich will, das I'm exploiting, oh, Bell in Window 0. Ich glaube, das hier ist ein own, 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 own. Ich kann es nicht abbrechen. Ich reboot den mal, bevor die CPU zu heiß läuft. Wer weiß, ob das gut genug gekühlt ist. Ja, da kann man natürlich auch sinnvoller Shell-Codes reinpacken. Ich habe dann mal angefangen, so einen Zwei-Stage-Shell-Code zu machen. Also an dieser Stelle hier sind ganz, ganz viele Bytes, die man nicht benutzen kann, weil er die halt vorher beim String-Processing als Trenn-Symbol benutzt. Das war, ich habe so einen Decoder-Shell-Code gemacht, der einen zweiten Shell-Code holt und den mit irgendwas extort. Das war ziemlich schmerzhaft, wenn man, zum Beispiel war es dann, glaube ich, besser, minus 1 zu subtrahieren, als 1 zu addieren, weil man dann die ganzen 0-Bytes nicht drin hat, die bei einer 1 vor der 1 stehen. Das war viel Frickelei. Ich weiß nicht, ob es eigentlich funktioniert hat. Das ist ein paar Monate her. Ich habe deswegen die Own-Sache hier nochmal benutzt. Okay, dem hat funktioniert. So sieht es am Anfang aus. Das ist schon vorbei gescrollt. Der gibt einem noch so ein bisschen einen kleinen Error, Syntax-Error. So mag ich das eigentlich gar nicht und dann macht er aber doch, was ich möchte. So, so kriegt man remote irgendwie Code ausgeführt. Nur, was man da eben jetzt macht, wäre die andere Sache. Ich habe mir überlegt, wäre ganz schön, wenn man einfach selber Code reinladen kann, der aufgerufen werden kann von der Firmware, zum Beispiel ein neues Befehl für die Shell oder ein Telnet-Server, der leider halt nicht enthalten ist oder auch irgendwelche Bildsachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei Kameras habe und möchte Stereo-Videos aufnehmen, ist es ziemlich schön, wenn man irgendwie die Aufnahmen gleichzeitig triggern kann, dass die zum exakt gleichen Zeitpunkt aufgenommen werden oder halt mit einem definierten Verzögerung oder sowas. also ganz viele Sachen, die halt für einen normalen Menschen unnötig sind, aber für einen Frickler ganz schön sind. Und dann wollte ich mal gucken, wie kriege ich das denn hin, überhaupt einen Code sinnvoll auszuführen. Also dieses MapExit-Command, das ich vorhin benutzt habe für Putcher und PrintEv, das hilft mir schon mal, irgendwo hin zu callen. Das heißt, ich dachte mir, der erste Schritt, rufe ich einfach mal mAlog auf, hole mir ein bisschen Speicher, dann kann ich mit Read von der SD-Karte mein Programm da reinladen, kann das noch, MapWars noch so ein Befehl, damit kann man einfach ein bisschen Speicher setzen. Damit kann man diese Ausführbar-Schutz aushebeln oder beenden und dann einfach in den Code reinspringen. Was halt auch klappt, wenn man so einen einfachen Shell-Code hat wie eben. Nur ist es ja irgendwie unschön, wenn ich jetzt ein Programm schreiben will, das ein Tellener-Server schreiben will, will ich es nicht unbedingt in S-Limely machen, sondern wollte eher C-Code dafür kompilieren und dafür ein bisschen mal den GCC überzeugen, das für mich zu machen. Ich habe da ziemlich rumgefrickelt. Ich bin mir sicher, dass es hier für eine viel bessere Lösung gibt. Und falls jemand von euch sich mit Compilern auskennt und Mips, Abis, würde mich freuen, wenn ihr mich ansprecht. Vielleicht kriegen wir das viel eleganter hin. Also, ich habe da einfach Hardcore reingefrickelt, bis es funktioniert hat. Also, Cross-Compiler einfach aus der Bind installiert, der erstellt aber leider Linux-ELF-Dateien, die man halt erstmal mit einem L-Floader irgendwo laden muss und ich kann nicht einfach da reinsprengen. Das heißt, ich habe mir ein Custom-Linker-Script geschrieben, wo man dem Compiler sagt, an welche Stelle der Datei soll jetzt irgendwie der ausführbare Code, wo sollen die Daten hin, welche Sachen brauche ich überhaupt nicht. Habe so gemacht, dass einfach die erste Adresse von der, die erste Byte von der Datei, was ist, was ich anspringen kann. Habe dann länger rumgespielt mit den ganzen Compiler-Flags und irgendwie ist nicht hinbekommen, geht es sehr zu überzeugen, nicht so Relocations einzubauen, die nicht nötig sind. Er hat so indirekte Calls über die Global Offset Table, obwohl es gar nicht nötig ist. Also, der macht es irgendwie, es gibt bestimmt eine Möglichkeit, den zu überreden, das schön zu machen. Habe ich aber nicht gefunden. Das heißt, am Ende habe ich so eine kleine Art Bootloader geschrieben, die am Anfang einmal die Binary lädt. Das ist ungefähr so, wie es ein normaler Bootloader tatsächlich macht. Ich habe mal in U-Boot reingeschaut, weil der eigentlich dasselbe Problem löst und habe eine ähnliche Lösung dann gebaut. Was dann noch frickliger war, war das Problem, dass die ABIs, also die Binary Interfaces, die in der Firma verwendet werden, anders sind, als die, zu denen ich GCC überzeugen konnte, Code zu erzeugen. Es gibt auch verschiedene GCC-Versionen für verschiedene ABIs, aber habt ihr keinen Erfolg gehabt. Am Ende habe ich so einen Übersetzer gebaut. Also, das Hauptproblem ist, das Register GP. Das nennt sich Global Pointer und das wird in der Firmware dafür benutzt. Es zeigt in so ein Datensegment rein, wenn man irgendwelche statischen, globalen Variablen hat, kann man die über das GP-Register zugreifen. GP plus 10, GP plus 20 und so weiter. In dem Code, der den GCC erzeugt, wird das GP-Register allerdings komplett anders benutzt und ändert sich ständig. Das heißt, wenn ich jetzt aus meinem Code auf einmal den Firmware-Code aufrufe, dann greift er nachher auf was GP relativ zu und es ist alles kaputt. Andersrum, wenn mein Code aufgerufen wird, selbe Problem, wenn es aus meinem Code return das GP-Register kaputt, alles crasht weg. Weil ich dann hingefrickelt habe, waren so kleine Wrapper. Das heißt, wenn ich eine Library-Funktion aufrufe, rufe ich sie nicht direkt auf, sondern erst ein kleines Stück Code von mir, das den GP richtig gesetzt und andersrum, wenn meine Funktion aufgerufen werden soll, macht er es gleich danach. Ist ziemlich fricklig, sieht ungefähr so aus. Das ist so eine Library-Funktion, die U hat printf. Hier wird einmal das T0-Register geladen mit der Adresse von der Library-Funktion, einmal das GP-Register mit dem GP-Wert, der in der Firmware benutzt wird. Also der ist die ganze Zeit fix für eine Firmware-Version. Da muss man sich wirklich nicht darum kümmern, einfach diese Konstante nehmen. Dann springt er zu der Printöffnung, alles ist super. So funktioniert das. Man könnte auch hier so einen absoluten Jump nehmen zu einer Adresse. Hat leider meine GCC gecrashed, als ich versucht habe. Deswegen ist das hier ein bisschen hässlicher, der Code. Aber es funktioniert. Ich habe das alles verpackt in einen Haufen Makros und inneren Assembly. Der Code, den ich niemals anschauen sollte, wenn man ihn anschaut, danach am besten sofort wieder vergessen. Das ist nämlich wirklich hässlich. Aber wie man es nachher benutzt, ist ganz simpel. Ich gebe eine Funktionsdefinition an, also einen normalen C-Prototypen. Ich sage, wo sich das im Speicher befindet und dann kann ich es danach einfach callen wie eine normale Funktion. Und das jetzt wäre so eine Funktion, die ich gebaut habe, die ich aufrufen möchte. Und dafür muss ich dann einmal noch so ein Define hier machen, der sagt, okay, es gibt nachher im finalen Binary ein Symbol EP-Test. Wenn ich das aufrufe, wird eigentlich diese Funktion hier aufgerufen. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich total einfach. Man schreibt seinen Code, schreibt einmal Entry Points dran für die Funktion, die man von außen aufrufen will und fertig. Mit ein bisschen Glück kann ich euch zeigen, dass es funktioniert. Achso, die Datei existiert schon, das hatte ich schon mal hochgeladen. So, also ich habe gerade eine komplette Binary draufgeladen. Was ihr sieht, Entschuldigung, das ist die Test.c. Das ist genau, was auf den Folien draufsteht, nur ein paar extra Funktionen noch und wird gerne eine von, also drei verschiedenen Testfunktionen, die verschiedene Probleme, die also beim Komplieren auftreten können, testen und will einmal davon aufrufen. Das ist gerade ziemlich umständlich noch, wenn man alles manuell machen muss, aber irgendwie macht das auch nämlich viel mehr Spaß, dass es einfach funktionieren würde. Also, was man ungefähr machen muss, ist finden, wo ich die Datei habe, wo es steht, wie man es macht. Erstmal ein bisschen Speicher allokieren, indem wir malloc aufrufen, was hinter der Adresse sich verbirgt. So, das ist die malloc-Funktion, das ist der Rückgabewert, das heißt, das ist der Speicherbereich, wohin wir jetzt benutzen können. Dann setze ich einmal die Endadressen von diesem Speicherschutz. Vielleicht soll ich es einmal printen, wie es vorher aussah. 3, 2, 0. Also, hier sind zwei ausführbare Bereiche, oder vielleicht lieber ein paar mehr. Hier sind alle ausführbaren Bereiche. Jetzt überschreibe ich dir einmal die Endadressen davon. Wenn man das jetzt hier vergleicht, vorher ging dieser ausführbare Bereich bis 80.4f, jetzt geht er bis 90.4f. Da jetzt aber unser ausführbarer Code hier bei A0 irgendwo anfängt, müssen wir diesen Bereich hier auch ändern. Der geht jetzt auch bis B0, das heißt, alles, was wir erwarten, ist ausführbar, kann gar nichts passieren. Dann laden wir unseren Code rein, mit dem coolen Read-Befehl, der eine Binary von diesem System hier lädt, an eine Adresse, die wir ihm angeben. Wenn ich mich vertippe, crasht alles. Und jetzt müssen wir es eigentlich schon, oh, jetzt müssen wir einmal noch den iCache leeren. Das heißt, wir rufen diese Funktion auf, die ich auch im Exploit benutze, um den Instruction Cache zu löschen. Und jetzt kann man es aufrufen. Mit MapExe springe ich rein. Uns passiert nichts, weil das ist nur mein Bootloader, der einmal die ganze Binary zum Laufweg macht. Jetzt noch mehr Fricolage. Man guckt einmal mit Read11 rein, wurden das Symbol, das wir anspringen wollen. Das hier wollte ich haben. Das ist an der Adresse plus 20c. Dann müssen wir ein bisschen rechnen. Es ist so richtig, richtig manuell hier. Das ist die Startadresse von meinem Programm. Plus das Offset zu der Funktion, die ich aufrufen will. Moment, ein bisschen Glück. Funktioniert's. Und das ist der Welcome draus. Das ist so ein Timeout, wenn man die normalen Tasten nicht benutzt, wird er nach einiger Zeit geht er in so ein Standby-Modus. App UI Message Power-Off. Oh, das ist so, was ich hinbekommen habe. Ich habe den ganzen, oder den großen Teil des Krams nochmal auf GitHub hochgeladen, wenn ihr mit rumspielen wollt. Wenn ihr mit der Hardware basteln wollt, könnt ihr gerne zu mir kommen. Ich sitze hier irgendwo beim Slushy-Automaten da hinten oder schreibe mich per Jabba oder IRC an. Ich stelle das gerne zur Verfügung. Das allein schon mit der Shell rumzuspielen macht echt Spaß. Kann ich sehr empfehlen. Weil ich für die Zukunft so eine Idee habe, was ich entweder machen würde oder vielleicht hätte jemand anderes Lust zu machen, wäre einmal den Exploit so zu vergessen, dass man auch mal ordentlich einen Code ausführen kann, da ich meinen Telnet-Server direkt ausführe. Denn die ganze Zeit nur ohne auf dem C-Report auszugeben, interessiert halt keinen. Das merkt mein Nachbar gar nicht. Telnet-Server bauen wäre cool. Statt C-Code, Rust-Code ausführen, fände ich super cool. Und die Sache, die ich gerade gezeigt habe mit 20 Befehlen, um Hello World auszugeben, geht sich auch irgendwie einfacher, wenn man da mal ein bisschen Arbeit reininvestiert. Und halt die GCC-Sache ist so eine Frickelei gerade. Ich habe keine Lust, noch mal zu machen. Ich habe da irgendwie den ganzen Tag für zwölf Stunden reingesetzt und habe sehr viele Schmerzen erlitten. Aber wenn jemand Lust hat, das cool zu machen, würde mich freuen. Ich hoffe, da war etwas Interessantes dabei. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer Fragen hat, einfach Hände hoch. Ja. Der hat hier nur einen Adressberater. Also die Frage war, da im nächsten Mal Arbeitsarchitektur ist, wenn ich Daten drin habe, wie ich überhaupt ausführen kann. Falls man es jetzt nicht hören konnte im Video. Das Ding hat nur einen einzigen Adressbereich für Daten und Code. Der macht ja keinen Unterschied. Die einzige Sache ist dieser Schutz, diese paar Register, die sagen, welcher Code ausführbar ist. Ist MIPS normalerweise immer Harvard? Oh, da haben sie wohl ordentlich was umgebastelt für das Sock hier. Das Map war tatsächlich nur, speichert will ich nur ein Byte. Ich habe das ganze Ding disassembliert. Das will ich nur Speicher setzen. Im Export passiert ja auch nur das. Ne, das. Dann müssen die wahrscheinlich einiges rumgeändert haben an den Kurs, bevor die das gebaut haben. Interessant, danke. Okay. Das ist eigentlich sehr üblich, dass man mit einer Einheit nicht weiter hat. Okay. Ist das vielleicht so eine historische Sache gewesen, dass es früher anders war? Okay. Ah, da vorne, du hast gerade das Mikro, das ist. Ja, ich wollte fragen, du hast das jetzt mit einer Kamera gesehen. Ist diese MIPS-CPU irgendwie dir bekannt, dass sie noch in anderen, vielleicht sicherheitsrelevanten Geräten vorhanden ist? Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwelche Überwachungskameras das benutzen. Also es ist ja schon sehr auf irgendwelche Medienanwendungen ausgelegt, mit der Objekterkennung und Videokodex und sowas da drin. Das werden wir wahrscheinlich nur dort einsetzen. Ja? Gibt es da kein BIP? Ah, ich habe mich noch gar nicht so informiert. Na gut, da muss man noch ein paar Monate warten. Schade. Ja? Konntest du rausfinden, was für ein Betriebssystem das ist? Oh, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Also was ich weiß, da basiert was auf ThreadX, was so ein proprietäres Embedded-Betriebssystem ist. Das sieht allerdings an ein paar Stellen ein bisschen anders aus. Also ich habe das mal verglichen mit Binaries von ThreadX selber und das kompiliert sich ziemlich anders aus. Wir haben es halt mit sehr anderen Optionen kompiliert oder selber noch stark verändert. Was man aber auf jeden Fall noch gut sehen kann von dem Originalsystem sind Sachen wie Tasks und Threads und Queues und sowas, die man sich alle auflisten lassen kann oder Mutexe. Das sind alles eins zu eins die Primitive aus diesem ThreadX-System, die hier drin sind. Waren noch mehr Fragen? Vielen Dank. Brauche ich für das Interesse. Viel Spaß bei den Demos.